Hey Leute, es war wieder Willkommen zu einer Folge von KentWibes, es ist zusammen mit Detox Hallo! Und, und, oh, ich, ich muss bauen, okay, komm, 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 ich muss bauen Bei diesem Spiel, das kennt ihr bestimmt, aber wenn ich stehen bleibe, explodier ich und Detox baut für mich Äh, warte, warte, das ist, okay Und Detox hat sich verbaut, dass ich jetzt explodiere wahrscheinlich Ja, warte mal, ja, ich weiß nicht, wie ich das drehen kann, bleib nicht stehen Ich hab nichts mehr zum bauen, wieso hab ich nichts mehr zum bauen, warum bleibst du? Okay, was du gebaut hast Ja, ich, ich hatte keine Kurve mehr Weißt du, Donald in den USA kann Mauern bauen, Hitler konnte Autobahn bauen, was kannst du bauen? Ähm, Kurve? Oh ja, okay, tauschen wir jetzt die Rollen eigentlich, dass du fährst Ne, ich fahr wieder Ne, okay, warte, warte, okay, warte, zack, okay, ich muss das, ich muss das so machen, so, ähm Du musst mir die Richtung ansagen, wenn du die Richtung endest Ja, geradeaus, geradeaus, oh fuck, oh Gott, das war knapp, oh, oh Gott, ne Kurve Scheiße, da, guck, was ist das, was ist das, wieso geht denn das nicht? Warte, ich kann was nach rechts machen Oh, hier ist nochmal ne Kreuzung Wo muss ich hin, ich drehe mich einfach im Kreis, wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Du bist doch schon lange im Wasser, oder? Ne, ich fahr noch Ja, okay, wenn du fährst, ich hab was gebaut, ich hab was Neues Ich fahr mich im Kreis, okay, ich fahr weiter Ich hab was Neues, irgendwie glaube ich Kann ich das, ich weiß, ach, jetzt hab ich's raus, so kann ich das drehen, komm Ah, was, was? Ich führe dich, ich führe dich, ich führe dich Bist du jetzt tot? Ja, natürlich Okay, gut, wir switchen die Rollen, mach auf Switch Ich baue jetzt, wie baut man, wie baut man? Ähm, mit Rechtsklick kannst du drehen und mit, äh, Linksklick baust du Das ist ein sehr panisches Spiel, ich hab jetzt schon einmal angeschrien Ich hab schon einmal Hitler geschrien, also, das ist gut Ah, I get it So läuft das, so läuft Okay, okay Okay, gut, ich muss fahren, ich darf nicht stehen bleiben Ich explodiere bald Wo baust du denn hin? Wo baust du denn hin? Das hat ja super funktioniert Ich weiß nicht, wie ich riechen wollte es Ja, ich fahr einfach gerade aus, okay? Ja, okay, das heißt Dann baue gerade, baue es bitte gerade aus Ja, okay, ich verstehe Ja, gerade, gerade, immer gerade Gerade, gerade, gerade Ja, irgendwann geht's aber nicht mehr gerade Oh, sorry, sorry Es ist gar nicht so leicht tatsächlich Es ist gar nicht so leicht das Bauen Ich hab dir Unrecht getan, es ist gar nicht so leicht das Bauen Du tust mir öfter mal Unrecht, das ist ja das Ding Du kannst am Anfang ein bisschen schüllen Ja, gut, okay, okay Gerade, gerade, gerade Ja, okay Gerade, gerade, gerade Kurve, 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 Kurve Okay, alles klar Rechts, 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 rechts Oh Gott Und dann eine Linkskurve, Linkskurve Oh Gott, oh Gott Dann irgendwas komisches Keine Ahnung, kommst du aber durch, kommst du durch Warum, was ist das? Geradeaus? Geradeaus, ja Weißt du geradeaus, weißt du geradeaus, weißt du 400 Punkte, neuer Highscore Ja, super, super, richtig gut Was ist unser Ziel für die Folge? Warte mal, ein Highscore von 400 Ich sag, unser Ziel ist 10.000 Bevor wir nicht 10.000 sagen Nein, nein 10.000, wir switchen nochmal Wir switchen nochmal Wir machen 10.000 10.000 Mach mal 2.000 Ich sag, wenn wir es einmal raus haben, 10.000 ist kein Problem Wenn wir es mal 5 Sekunden dann explodiere ich Ich kann 5 Sekunden stehen bleiben Okay, geradeaus Geradeaus Ich hab die Zeit genutzt immer noch Geradeaus Immer noch geradeaus Immer noch geradeaus Immer noch geradeaus Gerade Oh, okay Oh, das war gut Oh, ja super Der war nice Oh, warte, geradeaus Geradeaus Ja, 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 ja Hier kommt ein enger Ding Geradeaus Oh, das ist super Ja, wo wir jetzt fast links Jetzt links Ich weiß nicht was das ist Du hast links gebaut Gerade, wo bist du? Ich weiß nicht, das ist irgend so ein Feuerding Du hast einen links gebaut Ich drehe mich jetzt im Kreis Ich drehe mich jetzt im Kreis Ja Ich fahre geradeaus Die Strecke Die Strecke Das ist ein Speeding Schnell bauen, schnell bauen Ja, 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 ja Jump, 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 jump Oh, 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 oh Ich brenne, ich sterbe Hey, aber 999 kutschen Das war nicht schlecht Ich würde sagen, wir kutschen nochmal 10.000 10.000 ist kein Problem, das holen wir Das ist schon ein Problem Und ja, das Spiel hat auch schon Danny, Justin und Snuddy Schnals gespielt Aber halt vor vier Monaten oder so Und wir müssen das jetzt Für uns direkt spielen Wir machen es erst jetzt nach, Freunde Du kannst am Anfang Ach, am Anfang kann man chillen Ich bin aber schon direkt Oh, oh, Bau, Bau Ach Hä? Ich glaube wir haben nicht geswitcht Wir haben nicht geswitcht Erst wenn ich losfahre, oder wie? Ich glaube wir haben gar nicht geswitcht Doch, wir haben geswitcht Ich bin gefahren Sicher? Ja, ja Okay, ich dachte aber Nee, war schon okay, Mann Okay Okay, ich explodier Geradeaus, geradeaus Geradeaus, geradeaus Geradeaus, geradeaus Geradeaus Gut, gut, gut Alter, das Ding ist, ich seh halt nichts Von dieser Fahr einfach weiter Okay, okay, ich fahr weiter Gut Ja Das wir uns in dem Let's Play noch ziemlich anschreien Ich geh halt immer nur in eine Richtung Und wenn ich die Richtung ändere, dann bleibt das dabei Der kommt durch was enges und dann gehts links Oh, dann hab ich dich verbaut Ich hab dich voll verbaut Du verbaust? Oh, warte, ich fahr noch Oh, warte, 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 mach das Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Oh mein Gott Ja, oh nein What the fuck Warte Ich bin noch da Wow, das war schlecht von mir Das war schlecht von mir Das war schlecht von mir Ich bin besser im Bauen, du bist besser im Fahren Ja Ich würde sagen, wir machen das so Bauen und fahren Aber wie ist denn deine Taktik? Wenn wir einmal links gehen, gehst du dann wieder geradeaus oder wie machen wir das? Ja, ich geh jetzt, ich geh geradeaus Geradeaus Wenn es einmal nach links geht, bleibst du dann links oder wechselst du dann? Ja, ich bleib dann, ich bleib dann links So, zack Zack, nee, jetzt rechts Rechts, rechts, ging nicht anders Ging nicht anders Weiter Okay, kacke, wieder, wieder so Oh, oh, oh Geht geradeaus, Vorsicht, da ist aber irgendwas komisches Eine komische Lücke oder so Ja, ich fahr so langsam Einfach nur geradeaus Okay, Vorsicht, da kommt irgendwas Ich glaub, das war eh Hier geht's nicht weiter Wieder geht's nicht weiter Okay, kacke, was soll denn das? Das sehe ich doch nicht Was ist das für eine Scheiße? Aber du bist ein guter Bauer Ich hab das Gefühl, dass du ein guter Bauer bist 20.000 hab ich gesagt 20.000 Agrarbauer bin ich Ein Agrarbauer Guter Bauer So, weiter, weiter, weiter Geradeaus Ich geh auch nicht Vollgas Ich geh auch nicht Vollgas, ich fahr nur so ein bisschen Mit Speed Ja, ist okay, es wird eng Ist okay, ich fahr echt langsam Jetzt kann ich nicht langsam Ist ja nie schlecht Ist ja nie schlecht Oh, da ist ein Feuerring, das ist nicht gut Oh, Kisten Ich bin nicht studiert Ich bin nicht in den Feuerring gefahren Aber ein Hindernis Ich bin da reingefahren Bist du denn? Ich bin da rein Das ist 10.000 10.000 10.000 machen wir Oh, Kacke Oh, Kacke Oh, Kacke Oh, Kacke, ja, da hoch, hoch Oh, Shit Du musst schnell bauen, schnell bauen Ich nehme einen Jump jetzt Okay, alles klar, alles klar Gut, gut, gut Oh, Kacke, da kommt wieder ein Feuer Ich wohne jetzt hin Nee, ich fahr nicht gegen Geradeaus Ich fahr ganz langsam Ich fahr ganz langsam Ja, ja, mach das Jetzt links, jetzt links Es geht dann links, ja Es geht dann links Ich weiß gar nicht, wo du bist Wo lang jetzt? Hängst du gerade? Nee, deine Handzeige Direktanzeige Nee, ich bin halt stehen geblieben So ganz langsam Weil ich nicht wusste, wo du baust So ein bisschen Wir haben im Übrigen, was wir nicht gesagt haben Den Key vom Entwickler zugeschickt bekommen Vielen Dank dafür auch Wegen zum Spielen der Videobeschreibung Wenn ihr das auch spielen wollt Kann ich endlos fahren, wenn ich jetzt hier mache? Nee, das zählt, glaub ich nicht von den Metern Gibt's keine Punkte? Gibt's keine Punkte? Ich hab irgendwie Ich kann irgendwie nicht mehr bauen Ah, dann gibt's Minuspunkte Dann gibt's Minuspunkte Wieso kann ich nicht bauen? Warum kann ich... Was machst du denn? Ich kann... Oh, jetzt, jetzt kann ich wieder bauen Hier, hier Okay Rückwärts fahren gibt Minuspunkte Ich wär minus 29 Punkte Ja Ich würd' sagen, wir switchen gleich nochmal Okay, okay So, ich chill, chill, chill und jetzt go Go, 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 go Go, 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 go 2000 Punkte wird das jetzt Go Go Und go Oh, 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 scheiße Beschleuniger Beschleuniger Kann ich die eigentlich auch durchschalten? Kann ich die auch durch... Oh, shit, hat Ich glaub du kannst die auch skippen Ich bin mit dem Feuerring gefahren Oh, kacke Das gibt es nicht, ne? Jetzt musst du mal bauen Du musst mal bauen Ja I don't get it Oh, ich will mehr Punkte Ich will mehr Punkte 20.000 Ist halt mega kompliziert So, ich fahr jetzt Bin ich gut im Feuer Ja, okay Gerade, links, links Kurve Oh, 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 oh Und da ist so ne Schranke Warte, warte, rechts, rechts Oh, nee, 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 ich fahr schon Oh, Gott, das ist so eng Oh, nee, da ist aber ne Schranke Da ist ne Schranke, da ist ne Schranke Kann man die drehen? Ja, rechtsklick, rechtsklick Ah, das ist ein guter Tipp, danke Das ist richtig anstrengend, hier zu reden und zu spielen Sollen wir mal eine Runde schweigen Ist mega dankbar Ich lass uns mal eine Runde schweigen zu kommen Weil wir besser sind oder schlechter Okay, wir schweigen jetzt Links Unterne Mauer Ja, geil Du sollst schweigen, Mann Und gleich wieder Oh, Gott, fucking hell Du hast es aber schon gedreht Du hast es schon gedreht Das war halt nicht so geplant Äh, nochmal eine Okay Äh, es wird ein bisschen enger Oh, kacke Das hab ich mir nicht ausgesucht Ähm, du musst links rum Okay, das ist es noch eng What the fuck, was ist es hier, bitte? Ich muss jetzt an Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nein, 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 andere Richtung Oder hier Nee, nee, nee Ich war geradeaus Geradeaus, geradeaus Geradeaus Immer geradeaus Gut, okay Es geht nach Links Ich konnte nicht, ich konnte nicht Oh, nein Das war gut Nee, das sind nur 5, 7, 7, 8 Ja, aber es war trotzdem Es war skilltechnisch Nicht so verkehrt Ja, es war nicht so schlecht Aber es war halt schon irgendwo scheiße Okay, warte Wir probieren es nochmal Wir schaffen die 10.000 Du hast uns hier Gibt es mehr Punkte, wenn ich schneller fahre eigentlich? Nein Oh, ja, es gibt schon mehr Punkte, wenn ich schneller fahre Oh, tatsächlich Oder wenn du hängen bleibst Dann gibt es halt weniger Also, bis langsam fangen Gibt es weniger Punkte Okay, ich gebe jetzt einfach Full Speed, okay? Der erste gerade ist hier eh langsam Ich mach Full Speed jetzt Achtung Okay, alles klar Gut Naja, einfach ist es halt so nicht, ne? Weil, wow, wow, wow Okay Ich bin geflogen gerade Okay, was, du fliegst? Ich bin geflogen, okay Jetzt nicht mehr Oh, oh, wohin, wohin Ich baue hier einfach alles zu Oh, kacke Fahr ein bisschen im Kreis Ich hab keine Dinger mehr Da, nee, fahr geradeaus, geradeaus Nach vorne, nach vorne Nee, das Wieso haben wir jetzt 20.000 Punkte schaffen, Detox? Hä? Du hast gesagt 10.000 Oh, ich hab nicht gebaut Okay, ich baue Erst 20, dann 10.000 Ja, ich bin immer mehr Ich bin gierig Fahr, aber will immer mehr Ja Aber wirklich Oh Gott Oh Gott, fahr weiter Oh, 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 oh Den hab ich gar nicht gehört Rechts, rechts Oh, kacke Oh, kacke Oh, shit Das ist das für ne kacke hier Okay, warte, ich geb dir die Möglichkeit hier entlang Okay, ähm Das ist ne Scheißmöglichkeit gewesen Halt ein bisschen durch Fahr ein bisschen durch Wohin jetzt lang, wohin jetzt lang Okay, ein bisschen im Kreis Äh, fahr mal Nee, nee, nee Falsch Äh, fahr Fahr Nein, helf mir, helf mir, helf mir Kannst du mich retten, kannst du mich retten Kannst du mich retten Nein, ich konnte nichts mehr bauen Wie bescheuert das aussieht Wenn du uns zu viel random baust, dann kannst du nicht mehr bauen, irgendwo Das ist gelockt Ja, ich wollte doch gar nicht random bauen Ja, ich weiß, ich weiß Fuck Es ist halt so schwer Fuck Okay Okay Äh, oh, ja Okay Jetzt hätt ich's fast verkackt 2000 Punkte Oh, nur fast Oh, shit Oh, kacke Warte, warte, warte Links, links, links Ah, warte, ich baue auch geradeaus Ist egal, ich mag geradeaus bauen Jetzt links, jetzt links Ja, links, links Jetzt hab ich wieder nichts zum Oh, okay Du wieder links, dann rechts Okay, du musst Umso langsamer, umso langsamer du fährst Nein, fahr da nicht lang, das ist kacke Ist egal Okay Alles klar, ja, funktioniert doch ganz gut Fahr weiter Ja Umso langsamer du fährst, umso weniger kann ich bauen Ah, also muss ich schnell fahren Ich fähr immer dahin, wo du das jetzt gesetzt hast Weiter, weiter, weiter Weiter, geradeaus, geradeaus Äh, 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 äh Links, ich bin schon links, ich bin schon links Links, links, links Links Okay, äh, Linkskurve Und dann? Rechts, rechts, okay Dann geradeaus, oh fucking hell, ich hatte leider nichts anderes Du musst jetzt, du musst jetzt jumpen Ich muss jetzt jumpen Okay, 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 alles klar Oh shit, das ist kacke Ich muss noch mal jumpen, ich muss noch mal jumpen Wow, 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 Alter Das war... Ich muss noch mal... Oh, ich bin nicht gejumpt, ich bin nicht... Ich hab geschietet Nein, 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 fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter Rechts oder links? Links, 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 links Immer links, okay, wir präferieren immer links Was, was braucht der? Irgendwann egal auf die Uhr Sagen jetzt, wenn ne Wahl ist, links, okay Ah, wieso bin ich explodiert? Wieso? Aber 1000 1000 ist gut 1000 ist gut Neue Regel, wenn ne Wahl ist, immer links, okay Okay, okay, immer links Wir schaffen die 2000 damit Wenn ne Wahl ist, immer links Damit schaffen wir 2000 Okay, immer links, gut, immer links Das ist ne Moose-Taktik Ne Wahl ist immer links Wir schaffen 2000 1000 war gut, Mann Ich versuch mein Bestes Ich fühl das, ich fühl das Das ist gerichtig Okay, das war halt kacke jetzt Das war ziemlich... Aber fahr ein bisschen zurück Ich geb dir hier hinten links Ja Siehst du da was? Wegen dem Nebel? Äh, ja Nicht wirklich Ich seh gar nichts Das sind zwei Windmühlen, aber das macht nichts Wo lang... Ich fahr hier weiß ich fahr weiter Einfach geradeaus Ich fahr hier weiß ich fahr weiter Einfach geradeaus Links, immer links, immer links Links rum, links rum Oh kacke, nein, 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 nein Das ist kacke Immer geradeaus und links Geradeaus und links Ey, diese blöden Windmühlen Was... Ja, ich bin tot, ich bin tot Aber 620 ist schon mal mehr wie 500 Scheiß Nebel immer geradeaus Jetzt geht's links, jetzt geht's links Ah, toll, die Glocke Nein, die Glocke Du kannst direkt links Du kannst direkt links bei der Glocke Ohhhh 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 Aber es war's Wo, was? Wo bist du? Ich bin tot Das war aber nicht verkehrt Das war aber nicht verkehrt Darauf können wir aufbauen In der nächsten Folge 20.000 Punkte Ok, nächste Folge 20.000 20.000 Wenn ihr die 20.000 Punkte haben wollt Dann gebt den Daumen hoch Dann wird man euch loben Unten W in die Kommentare Bleibt mal die Talks vorbei Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Und ciao Ciao